Rast Startplatz 12 und unser zweiter Wagen geht vom fünften Startplatz ins Rennen. Rast Startplatz 12 und unser zweiter Wagen geht vom fünften Startplatz ins Rennen. Rast Startplatz 12 und unser zweiter Wagen geht vom fünften Startplatz. Okay, Runde 1 ist abgehakt. Ziehen wir zu, dass wir ein paar Plätze gut machen. Runde 1 ist abgehakt. Du hattest in diesem Rennen die schnellste Runde. Runde 1 ist abgehakt. Hol dir die Führung. Das ist die letzte Runde. Runde 1 ist abgehakt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020